Hallo zusammen, heute geht es um das Gerichtsurteil des Landesgerichts Köln, das beschlossen hat, die Beschneidung von Kindern ist Körperverletzung. Ja, wer sich das genau durchlesen will, ich verlinke den Artikel von N24, da haben wir hier oben erstmal Zusammenfassung, dann den ungefähren Artikel, hier, und hier unten nochmal Stellungnahmen von Ärzten, Muslimen und Juden, also die Zentralrate der Muslimen und Zentralrate der Juden. So, ich mache dieses Video jetzt nicht, weil ich mich großartig für Kinderpenisse interessiere oder weil ich das selber irgendwie vorhätte, nein, es geht mir darum, wie Leute reagieren. Es gab bisher noch nicht allzu viele Reaktionen, weil der Artikel noch recht frisch ist, aber die meisten Reaktionen, die ich bisher gesehen habe, waren recht negativ. Das liegt wahrscheinlich daran, dass sich Muslime und Juden angegriffen fühlen, das steht auch unten im Artikel weiter mit drin. Ja, die fühlen sich deshalb angegriffen, weil es halt Teil ihrer Tradition ist, wie es bei Christen so wie die Taufe auch Teil der Tradition wäre. Das Problem ist halt, dass, da kommen wir schon wieder in den Bereich meiner Meinung rein, also nach deutschem Gesetz ist halt die Beschneidung etwas anderes als eine Taufe. Das liegt daran, dass bei der Taufe das Kind mit Wasser übergossen wird und in den wenigsten Fällen wirklich davon Schaden nimmt. Ja, Beschneidung ist da ein bisschen was anderes. Jeder, der sich ungefähr mit dem Begriff auseinandergesetzt hat, weiß, da geht es um ein Messer. Genauer gesagt geht es um ein Skalpell, das die Vorhaut von Kindern abtrennt. Das ist ein sichtbares Zeichen der Zugehörigkeit zur Religion und so weiter und so weiter. Es geht jetzt hier auch nicht darum, dass die Religion nicht ausgelebt werden darf. Es geht hierbei eher darum, dass das mit dem deutschen Gesetz nicht vereinbar ist. Weil die Beschneidung einen Eingriff in die körperliche Entwicklung darstellt. Das ist vom Gesetz eigentlich so, als würde ich meinem Kind was eintitowieren lassen. Das ist halt verboten. Da steckt mich halt ein kultureller Hintergrund hinter. Darum ist das einigermaßen interessant. Aber auch nicht, das ändert nicht wirklich was. Man kann halt in Deutschland nicht Gesetz umgehen, nur wenn man sagt, meine Religion sagt aber. Sonst könnten auch einige Leute, die ich kenne, durch die Straßen ziehen und wild Leute meucheln. Satanisten sind lustig. Okay, zurück zu den Kinderpenissen. Meine Meinung zu dem ganzen Thema ist, das Amtsgericht hat eigentlich recht mit dem Urteil. Ein Kind beschneiden zu lassen ist, wie gesagt, ein Eingriff in die Entwicklung des Kindes. Ist nicht so großartig, als würde ich dem groß Blasen 5 Euro auf den Kopf tätowieren lassen. Aber es ist ein Eingriff. Ich habe generell nichts gegen Beschneidung. Das möchte ich noch eben kurz betonen. Ich habe nichts gegen Beschneidung, nichts gegen Judentum oder den Islam. Ich habe absolut nichts dagegen. Es geht mir nur darum, man sollte Kinder nicht operieren, wenn es sie unbedingt notwendig ist. Meiner Meinung nach. Ihr könnt ja eine eigene Meinung haben. Also, nochmal auf den Punkt gebracht. Ich habe nichts gegen die Religion. Man kann sich die Religion noch gerne ausleben lassen. In Deutschland ist ja erlaubt. Es geht mir halt nur darum, Kinder sollte man halt nicht beschneiden lassen, tätowieren lassen, wie auch immer. Auch wenn es einen kulturellen Hintergrund hat. Man kann sich dazu gerne entscheiden, wenn man volljährig ist. Das ist kein Problem. Sobald man rechtsgültig eine Zustimmung geben darf oder geben kann, besser gesagt, ab zum Arzt, ab die Vorhaut gut ist. Wenn man das gerne von sich selber aus machen möchte oder aus traditionellen Gründen, hat da keiner was gegen. Es ist nur halt, bei Kindern darf man es nicht. Punkt. Was wäre eure Meinung dazu? Lasst einen Kommentar da, wenn es euch interessiert. Ihr könnt auch gerne positiv und negativ bewerten. Wahrscheinlich eher negativ. Sonst gibt es eigentlich nicht mehr gut, was du zu sagen. Schönen Tag noch und viel Spaß mit dem Video. Ciao.